Hallo, hier ist die neue Nummer 3 von Bose Bamberg, Dominik Lockhart. Dominik, schön, dass du da bist. Wir starten mit einer kurzen Vorstellung auch bei dir. Wie würdest du dich selbst in 30 Sekunden beschreiben? Also ich würde eher sagen, ich bin der ruhigere Typ. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sehr extrovertiert bin. Ich denke, dass man mit mir immer viel Spaß haben kann. Ich bin eher ein positiver Mensch und ja, ich denke, das sind so zwei Dinge, die mich sehr gut beschreiben würden. Ab wann war für dich klar, du möchtest unbedingt Basketballprofi werden und was war vor allem entscheidend, dass es dann auch geklappt hat? Ich denke, es war relativ früh klar. Mein großer Bruder spielt auch Basketball und ich war als kleiner Junge da immer schon in der Halle, habe immer ein bisschen geworfen und als ich dann angefangen habe, wusste ich, dass das so der Beruf ist, den ich auch dann später machen würde gerne. Und dann mit 16 habe ich dann auch, beziehungsweise mit 18 habe ich die Chance auch dazu bekommen und dann wusste ich auch, ab dem Zeitpunkt, das will ich auf jeden Fall machen. Wie wichtig war deine Familie auf dem Weg zum Basketballprofi? Ja, also sehr wichtig. Ich denke, meine Mutter hat mich von allen Leuten am meisten unterstützt. Ich glaube, in der Woche bin ich bestimmt zehnmal überall hingefahren und abgeholt. Und mein großer Bruder war auch mein Trainer für einen kurzen Zeitpunkt und ja, ich denke, dass so meine zwei Brüder und meine Mutter so die größten Unterstützer waren. Wenn du an einen ganz bestimmten Moment in deiner bisherigen Basketballlaufbahn denkst, welcher fällt dir als allererstes ein und was war so besonders daran? Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Momente, aber ich denke, so der erste Moment, als man in der Nationalmannschaft gespielt hat und dann einfach die ersten Minuten auf dem Feld, ich glaube, das sind schon so Dinge, an die man sich gerne erinnert. Wenn du ein ganz bestimmtes Spiel in deiner Laufbahn nochmals spielen dürftest, welches wäre das? Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich denke, mein erstes Spiel, weil ich mich daran irgendwie auch gar nicht mehr so sehr erinnern kann, einfach um das nochmal alles mitzunehmen, so die ersten Gefühle einfach nochmal mitzunehmen. Abgelaufen wie im Film? Ja, genau. Als die Anfrage aus Bamberg kam, was waren so deine ersten Gedanken und warum hast du dich letztendlich für das Programm Brose Bamberg entschieden? Also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich denke, jeder kennt Bamberg vom Verein her. Und ja, also meine ersten Gedanken waren, dass ich das auf jeden Fall wahrnehmen will. Einfach die Historie, die von Bamberg ausgeht, ist, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend und einfach ein Teil davon zu sein, ist sehr, sehr schön für mich. Wenn du dir eine Eigenschaft von irgendeinem Basketballer auf dieser Welt, auf diesem Planeten klauen könntest, welche wäre das und von wem? Ja, Kobe Bryant ist mein Lieblingsspieler gewesen und ich denke einfach seine, wie er einfach arbeitet. Also diese Mentalität haben, zu arbeiten, einfach jeden Tag das Beste zu geben. Ich denke, das ist, was jeder Mensch sich von ihm angucken kann und das wäre sowas, was ich gerne so hätte. Hat Corona dein Leben verändert und wenn ja, wie? Um ehrlich zu sein, also schon, ich glaube, hat das Leben von allen ein bisschen verändert. Aber ich denke, dass man, wenn man sich an die Regeln hält, auch jetzt nicht so viele Probleme hat. Ich denke, die Maske muss man nur in wenigen Momenten des Lebens tragen und ich denke, dass das auch hoffentlich bald wieder vorbei ist. Wenn du die Chance hättest, mit welcher Persönlichkeit würdest du gerne mal für einen Tag tauschen und warum? Also jetzt, wenn ich jede Person wählen könnte, würde ich, glaube ich, Will Smith nehmen. Ich denke, dass er ein sehr, sehr interessantes Leben lebt und ich würde einfach gerne mal wissen, wie das so ist. Cool. Mit welcher Schlagzeile wärst du am Ende der Saison zufrieden? Jetzt persönlich oder vom Team her? Ganz egal. Ich denke, dass wir einfach unsere Erwartungen erfüllt haben und dass einfach wieder diese Freude hier in Bamberg entsteht über Basketball. Die ist ja immer da, aber dass sie wieder so wie in den Hochzeiten wieder da ist. Unterschreibe ich sofort. Welches Essen kommt immer auf den Tisch, wenn du heim zur Familie kommst? Lasagne. Welcher Song darf in deiner Playlist nicht fehlen? Von J. Cole, Dollar in a Dream. Dein Lieblingsurlaubsland? Kroatien würde ich sagen. In welchem Film hättest du gerne mitgespielt? In Avengers Endgame. Basketball-Fans sind für mich? Die besten Menschen, die es gibt. Dein größtes Talent außer Basketball? Ich kann ganz gut zeichnen. Dein erstes Basketball-Trikot? Das war Vince Carter von den Raptors noch damals. Wenn ich nicht Basketballer geworden wäre, würde ich heute? Ich koche ganz gerne und vielleicht hätte ich das dann mal versucht, irgendwie im Koch zu sein. Auf was könntest du in deinem Leben niemals verzichten? Auf meine Familie. Was willst du im Leben unbedingt nochmal machen? Einfach reisen. Ich denke einfach, so viele Orte wie möglich zu sehen auf der Welt wäre so eine Sache auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Ich sage vielen Dank an unsere neue Nummer 3 von Brose Bamberg. Dominik. Lockhart. 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 Lockhart.